ja alter das meine ich jetzt habe ich wieder dieses es sind wir früher im einbrüche und die gehen länger und das verstehe ich halt nicht das passiert halt relativ öfters als mir lieb ist äh vollidiot da kann ich keine Blöcke platzieren ja da kommt Glas zwischen die Decke wird hier aus Glas hier muss ich dann halt noch mal eine Schicht abtrennen die als Decke fungieren wird äh und ja der Rest wird dann sozusagen Glas ja ja der Rest wird Glas so so ja 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 wenn es mir nicht gefällt bleibt es ein Letzt Test und wird nie wieder angerührt und direkt deinstalliert die direkt ohne wenn und aber oder ja was ist ja 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 so ja so so doch praktisch nicht so hier das ist aus glas C g eine Sache kann ich aber jetzt noch machen die wird aus Stormrix bleiben genau das es wäre ja auch relativ stabil aussehen würde ich mal so sagen wenigstens so tun als ob würde ich mal so sagen so und so achso ja ich will wenigstens so tun als ob es stabil ist ähm ja bleiben noch diese Wand hier zu bearbeiten so bearbeiten wir diese Wand Hex Hex Scheiße so 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 boah diese ey Kinder ne man darf sein Fenster wirklich hier nicht offen lassen das ist so laut ey boah ey das ist schon nicht mehr feierlich ganz ehrlich ey zum Glück scheinen die Assis grad nicht wieder rum diese Kevins und die Chantal ist ne Spaß beiseite ich weiß nicht ob der Kevin ist oh man ey so ist dieses Stockwerk auch fast völlig ey krass hätte ich nie für möglich gehalten dass das mal fertig wird weißt du hier nicht weiter gebaut aber Hauptsache da unten was zu Ende bauen ja wird schon geil wenn das hier so aus Glas ist ja kann man machen kann man machen muss man aber nicht dürft ihr nicht vergessen äh was mach ich denn jetzt ich gehe jetzt mal glaube ich klar äh Sandfarmen haben wir hier ne Wüste lass mich mal kurz nachdenken ne Wüste haben wir nee 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 haben wir nicht schade ähm Datei still ich gehe jetzt Sand suchen random irgendwo außer wir haben noch zufällig Sand das würde mich immer interessieren ne haben wir nicht ok ich gehe mal noch da ist Sand da ist Sand ich gehe mal noch so lange dass gerade erst Dach geworden ist da ist Sand 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 yeah 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 gib mir gib mir Sand oh dear ich muss mir das später in der Aufnahme mal geben ob ich ob man das wirklich gehört hat wenn nicht schneide ich das einfach kurz rein das ist ja kein Ding für den Kind so 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 gib mir den Sand Alter ich hab nichts gegen Kinder ne aber ganz ehrlich die sollen mal ihren Spaß haben ja ok meist sind Kinder ich meine wir waren ja früher aber alle jung und äh waren laut und ja es hat auch niemanden gestört naja zumindest weiß ich nichts davon ähm also sollen sie mal genießen chillt mal chillt mal Eichel ja müsste reichen ok und hoch geht's ich glaub Sand müsste reichen ja ein Stack hallo ich glaub theoretisch rein theoretisch also ich glaube jetzt mal weil ein das müsste reichen glaub ich ja ich glaube das reicht zack 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 zick zack zicke zicke Hühnerkücke wie dat so schön heißt im neusprachigen Bereich so 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 schmelz mal und die machen hier noch schön zack stone zack zack und was können wir noch mit stone machen Hände zack weg 1 2 3 so das heißt hier ist dann sozusagen Ende im Gelände hier geht's dann hoch und dann geht's hier so und hier geht's so rein genau das heißt ich hab hier noch ein bisschen was zum ausfüllen zack 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 bam boom bam mega geil Junge zack bam 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 theoretisch müsste ich jetzt komplett das freilegen theoretisch komplett ne ja oder ja ich glaub schon lass ich dir in ernst machen die laute Musik an Alter sind das Assis ey niemand will eure Drecksmusik hören also macht sie gefälligst aus ey boah wie ich das manchmal hasse ne manchmal da bin ich echt so ein Rassist ey und sag ey das geht gar nicht auf das hat sich falsch gemacht ich meine natürlich nicht in dieser Sinne Rassist sondern in der Sinne Rassist die soll man ja nicht so laute Musik anmachen 5 sind uncool für Leute wie mich zum aufnehmen ach du scheiße das ist natürlich ein bisschen wieder voll Arbeiter war ich denke ich auch so viel ich bewege 1 2 voll viel Arbeit sag ich dir ja wird da wenigstens zu Ende gemacht würde ich mal sagen was ist denn wenigstens schon mal etwas ne dass wir eine Sache beendet haben wenigstens etwas etwas was 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 Das war gerade genauso niveaulos wie meine Videos. So, oh nein, das wollte ich gar nicht. Da hat sich meine Maus ein bisschen eingehackt. So, warte mal, so, so, so. So, da, 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 da. Wird reichen. Ich habe aber auch keine Sorge, dass das ausgehen wird erst mal. Muss, ey. So, so, so. Einmal. Zweimal. So, der Boden ist jetzt komplett. Perfekt. Mehr will ich eigentlich gar nicht so von euch. Machen wir erst mal schön die Fenster drin. So. Immerhin haben wir die Fenster drin. Fast. Da müssen wir noch ein bisschen Farm anscheinend. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das reicht. Ein Stack so anscheinend ja nicht. ne. Hm. Wird schon geil aussehen. Ich frage mich, kann Glas überhaupt zu, äh, verschneit werden? Also, wenn man Glas platziert, wird dann auch Schnee drauf fallen? Oder wird sich da kein Schnee bilden, so wie bei den Erdblöcken? Also, ich werde es wissen, ich weiß jetzt schon, dass aus dem Ziegelstein auf jeden Fall Schnee dann wird. Aber ob das Glas voller Schnee sein wird, das weiß ich nicht, ne. Aber ... Vielen Dank.